Yo, Servus Leute! Willkommen zu Vector! Die Kommande! Freundest du dich mit den einheimischen An7? Das war lustig! Wo ist Sunfax? Keine Sorge, ich hab den Jungs noch ein paar Ziele übrig gelassen. Ah, unser fetter Mann ist auch am Start. Verschießen wir das? Sunfax ist um zu fliegen, halten sie ihn auf! Er hat es geschafft! Der Interländer, Sunfax, darf auf keinen Fall kommen! Feindliche Drohiden auf 12 Uhr! Auf 12 Uhr? Wo? Geht's lang? Okay. Wo ist denn jetzt hingeflogen? Oh Gott! Superkampf Drohiden! Lassen Sie alle die Mitglieder auf ein einziges Ziel feuern, um seine Panzerung zu durchbrechen! Ziel eliminieren! Warte! Hey! Warte! Warte! So! Halten Sie sich ran 3-8! Ich empfange einen Energie-Transfer zu Sunfax Jäger! Roger! Angriffsformation einnehmen! Ja, Sir! Ich muss nachladen! Ziel eliminieren! Ziel eliminieren, Freunde! Warte! Warte! Angriffsformation einnehmen! Ziel eliminieren! Warte! Warte! Was gehts immer! Was geht denn da? Ich hoffe, ich hoffe, ich bin aufs Knie nicht! Es tut's nicht! Nein! Ja! Ziel eliminiert! Treffer bestätigt! Anschluss bestätigt! Glaubt ihr in der Sprengsatz? Gesichert Achtung! Da warte! Da ist er! Außerhalb des Schilds! Delta Leader, weisen Sie 07 meine Schärmschützenposition zu! Er soll Sunfake ins Visier nehmen! Alter Freunde! Delta Leader, Sunfake darf auf keinen Fall entkommen! Lass einmal hier Freunde halten! Genehmigen Sie sich etwas backen! Ich dachte, Sie würden nie fragen, Sir! Setzen Sie Ihren Schärmschützen ein! Lassen Sie 07 seinen Job machen! Sunfake's Jäger läuft schon warm! Delta, was treiben Sie da eigentlich? Schalten Sie sie von dort aus, Delta! Ah, scheiße! Gehebt ab! Jetzt hast du... Oh! Gehebt ab! Scheiße! Ist das zu spät, oder was? Ah ne! War doch nicht rechtzeitig! Juhu! Ja! Ich liebe diesen Geruch! Alter! Ich richte nur verbrannten Geoloseaner! Drei Hand! Meine Scanner zeigen eine Explosion an! Roger! Ziel terminiert! Habt ihr das gesehen? Das sah nicht aus wie ein geoloseanisches Schiff! Bestätige! Keine Identifikation möglich! Ich überprüfe die Datenbanken! Machen Sie weiter, Deltas! Wir haben keine Zeit zum Jubeln, Deltas! Wie Sie bereits wissen, ist das Team von 3-6 außer gefischt! Sie sollten eine Droidenfabrik in diesem Sektor ausschalten! Ihr Team wurde jetzt mit dieser Aufgabe betraut! Wir geben Sie sich zum Aufzug! Okay! Gibt es den Aufzug? Infiltration der Droiden-Einrichtung! Moment! Ja, dann sag ich erstmal, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Part!